Ich muss auf jeden Fall einiges ansprechen Hi und willkommen zurück bei Leon X Und heute endlich mal seit einer langen Zeit wieder ein Video Verdammt Und man merkt auch direkt, ich bin echt sauer eingerostet Vor allem hier im Spiel Eineinhalb Wocheness, die hinterlassen halt ihre Spuren Aber es ging echt nicht anders, weil ich war Was heißt ich war Wir hatten halt jetzt im Betrieb die Zwischenprüfungen Und dementsprechend habe ich mir dann gesagt Nee komm, die Theorie wird bestimmt ein Hammer Deswegen setze ich jetzt mal die letzte Woche hin Und lass wirklich alles andere nebensächlich sein Auch YouTube Und konzentriere dich darauf, dass du ein bisschen was gelehrt kriegst Und dass du die Prüfung dann wenigstens in Ordnung kriegst Also es war wirklich eine große Überraschung Weil die Theorie war wirklich das einfache Und das harte war wirklich die Praxis Weil wir hatten in der Praxis halt einen extremen Zeitdruck Wir haben wirklich noch nie ein Werkstück innerhalb von 5 Stunden fertig machen müssen Ein komplettes Werkstück Ein, zwei Teile, ja aber noch nie ein komplettes Werkstück in 5 Stunden Das war wirklich etwas komplett ungewohntes Neues für uns Dementsprechend Ja haben wir es alle nicht so ganz geschafft Aber wir haben unser Bestes gegeben Und ich hoffe mal das reicht Den Spaß lasse ich mir nicht entgehen Ja ich hoffe es reicht Aber naja jetzt habe ich den Mist hinter mir Und bin ich auch wieder ganz froh Dass es jetzt wieder ganz normal weiter geht Also ich werde ab jetzt auch wieder Ein bis zwei Was heißt ein Zwei bis drei mal die Woche ein Video hochladen Auf YouTube Und ja was auch noch mit der Ankündigung Mit The Forest ist Meine beiden Kollegen mit denen ich das spiele Spiele haben gesagt Klar gerne kein Problem Ich bin dabei Und die haben sogar gesagt Wenn wir das dann spielen würden Dann würden die auch auf ihren Kanälen dafür aufnehmen Und die Videos auch hochladen Ich wusste gar nicht mal Dass der eine von denen auch ein Kanal hat War ich selber ein bisschen überrascht Aber naja Wer hat der hat Wer nicht hat der ist satt Also von daher Je mehr desto besser Vor allem dann wäre das auch bestimmt besser Dann kann man das ja aus drei verschiedenen Perspektiven Sehen Also wenn man dann wirklich die Videos aktiv guckt Ich weiß nicht wie lange wir das dann machen wollen Das müssen wir noch gucken Und naja Erstmal so viel dazu Man muss aber auch sagen Heute oder jetzt generell ist es echt sauheiß Ich merke auch gerade Heute waren es ja wirklich 35 Grad Der Ventilator steht neben mir und es ist an Es ist echt sauheiß Aber naja Soviel erstmal dazu Warum ich jetzt wirklich die ganze Zeit nicht da war Ich entschuldige mich auch nochmal dafür Aber jetzt geht es wirklich ganz normal weiter Und demnächst wird dann auch ein PC harten genommen Ich muss nur noch das Programm Fürs Schneiden und fürs Aufnehmen runterladen Da werde ich den Markus mir jetzt demnächst nochmal Zum PC zerren und das endlich mal einrichten Aber naja Nur erstmal zum Bescheid sagen Ich bin nicht weg Ich bin immer noch da Mich kriegt ihr so leicht nicht tot Naja Nein Spaß Naja das war es auch noch wieder Ich hoffe es hat euch gefallen War zwar ein relativ kurzes Video Für den Einstieg erstmal Aber ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen Wenn ja Lasst mir einen Namen hoch Dann doch gerne einen Kommentar und ein Abo Und ja Freut euch Auf die Zeit wo es wieder richtig los geht Ansonsten sag ich nochmal Bis dahin Wir sehen uns Ich wünsche euch was Wir sehen uns Untertitelung des ZDF, 2020